Dass Frau Guteblum nun ausgerechnet diese Firma für den Ausflug ausgesucht hat, ich dachte, wir haben das letztes Jahr alles hinter uns gelassen. Aua! Was ist los, Klaue? Dieses Licht da, irgendwie verursacht es mit Kopfschmerzen. Was ist das? Das ist ein sehr altes Modell, einer der ersten Pulvermühlen, die hier vor über 200 Jahren entstanden sind. Das ist genau das letzte Zeichen, wir müssen da nochmal rein und das holen. Okay, treffen uns in drei im Hauptquartier? Ich dachte, wir haben die Timings begraben, weil Emma und Mathilda nicht mehr dabei sind. Aber jetzt haben wir eben einen Fall. Tut mir leid, aber ich kann euch hier nicht drin lassen. Aber warum denn nicht? Wir bringen die Timings wieder ins Leben! Aber wie kommen wir an die Daten heran, wenn Emmas Foto gelöscht ist? Das ist genau unser Problem. Haha, das hat gesetzt! Ich bin gerade erst neu an eurer Schule, ich möchte keinen Ärger. Mann, Leni, Handysaufgass brauchen Aktion. Sorry, es ist Larissa. Jess, sie trudelt von hier ab! Wir sind wieder da. Aber sie werden sprengen, wahr? Der Fledermarkbunker ist hier ganz in der Nähe. Jess und ich kennen uns da gut aus, oder Jess? Ich bin gut, ich bin gut. Hilfe, Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe. Nein, spinnst du, Leni? Mein Vater bringt mich um, wenn die kaputt geht. Wir sind da durch und eine andere Dimension. Ich bin, der wird zufällig so münd gemacht. Geht ihr zaubern oder kommt jetzt her? Das ist aber der Entschriftung! Wir müssen hier weg. Wir müssen wieder in unsere Zeit zurück. Los, vereine uns. Sonst sind wir gleich Fischdäbchen. Was? Lass weg! Was? Ja! 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 Vielen Dank.